Mit der AfD sitzt momentan eine zum Teil rechtsextreme Partei im Deutschen Bundestag. Aber, wie ihr sicherlich wisst, ist die Geschichte des Neonazismus und des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik sehr viel länger und geht bis zur Entstehung zurück. Und einen kurzen Abriss über diese Geschichte möchte ich euch heute bieten. In der direkten Nachkriegsphase gab es viele soziale und wirtschaftliche Probleme in Deutschland. Und wie ihr vielleicht wisst, ist es genau das, was Rechtsextrem in die Hände spielt. Bei den ersten Bundestagswahlen 1949 kamen verschiedene rechtsextreme Parteien, zusammengenommen auf 4% der Stimmen. Und in Niedersachsen kam sogar die Sozialistische Reichspartei, also eine wirklich nicht mal neonazistische, sondern eine Nazi-Partei, auf 11% der Stimmen und konnte sogar Mandate erobern. Diese Partei wurde 1952 als erste Partei in Deutschland verboten, weil sie offen verfassungsfeindlich und neonazistisch war. Eine Episode möchte ich kurz besonders hervorheben. Und zwar 1949 hält der Abgeordnete der sogenannten Deutschen Partei, Wolfgang Hedler, eine Rede. Und damit ich das nicht falsch wiedergebe, lese ich es kurz ab. Er war Mitglied des Bundestages und hat in einer offenen Rede gesagt, ob das Mittel, die Juden zu vergasen, das Gegebene gewesen ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Vielleicht hätte es auch andere Wege gegeben, sich ihrer zu entledigen. Dieser Bundestagsabgeordnete war Mitglied der Partei der Deutschen Partei und die war Teil der Regierung. Unter Konrad Adenauer bestand eine Koalition zwischen CDU, CSU, FDP und eben auch der Deutschen Partei. Das heißt, dieser Typ saß im Bundestag vier Jahre nach Kriegsende. Als dann der öffentliche Druck nach dieser Rede größer wurde, da musste die Partei ihn letztendlich dann ausschließen. Sie hat sich relativ viel Zeit gelassen. Auch Adenauer hat dann nicht wirklich besonders viel gemacht. Auf jeden Fall wurde er dann des Bundestages verwiesen, weigerte sich aber, das Gebäude zu verlassen und wurde von mehreren SPD-Mitgliedern, unter anderem Herbert Wehnert, aus dem Gebäude geprügelt, wobei er leicht verletzt wurde. Für diese Nazi-Rede, die er gehalten hat, wurde er übrigens nicht verurteilt, was damit zu tun haben könnte, dass alle drei Richter, vor denen er stand, selber Ex-Nazis waren. Im Laufe des sogenannten Wirtschaftswunders, also dem wirtschaftlichen Erfolg Nachkriegsdeutschlands, da nahm dann auch der Einfluss rechtsextremer Gruppierungen ab. Je besser es dem Volk ging, desto weniger Macht hatten die Rechtsextremen. Laut Zahlen des Verfassungsschutzes gab es 1954 76.000 organisierte Rechtsextreme in Deutschland, zehn Jahre später, 1964, aber nur noch 21.000. In den 60ern sammelten sich die extremen Rechten dann, um eine neue Partei zu gründen, die Nationaldemokratische Partei Deutschland, auch bekannt als NPD. Und als es dann zur ersten großen Koalition kam, gleichzeitig mit einer Wirtschaftskrise in Deutschland, in den Jahren 1966 und 67, da feierte diese Partei dann Erfolge. Und zwar ganz schön große Erfolge. Sie war in sieben verschiedenen Landesparlamenten vertreten und hätte es fast geschafft, in den Bundestag zu kommen. Stell dir vor, die NPD im Bundestag, knapp 20 Jahre nachdem Auschwitz befreit wurde. Das Ganze hatte ein Ende, und das finde ich besonders interessant aus heutiger Sicht, als die Große Koalition auseinanderbrach und die SPD zusammen mit der FDP an die Macht kam. Die CDU ging in die Opposition und hat einen Rechtsruck durchlaufen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass vielen rechten Wählern oder vielen rechten Parteien das Wasser abgegraben wurden. Und die NPD verlor an Zustimmung, verlor an Wählern und verschwand in ihrer relativen Bedeutungslosigkeit für mehrere Jahrzehnte. Die rechte Szene in Deutschland hat sich währenddessen gespalten. Ein Teil wollte mit den Großen mitspielen, wollte als möglicher Koalitionspartner mit den Konservativen in der CDU noch einigermaßen gemäßigte Politik machen. Ein anderer Teil wollte das nicht, und es formierten sich mehrere bewaffnete rechtsradikale Terrorgruppen. Insgesamt ging die Zahl der organisierten Rechtsextremen in Deutschland allerdings zurück. 1967 ging man noch von 39.000 organisierten Rechtsextremen aus. Ein paar Jahre später, 1979, waren es dann nur noch 17.000. In den 80ern kam es dann in ganz Westeuropa zu ähnlichen Problemen. Massenarbeitslosigkeit, ein Abbau des Sozialstaats und auch zum ersten Mal war dann die sogenannte Asylproblematik Thema in der Politik. Und besonders natürlich ein gefundenes Fressen für Rechtspopulisten. Neokonservative CDU-Politiker gründeten die Splitterpartei Die Republikaner, die auch bei einigen Wahlen ganz schön Erfolg hatte. In Baden-Württemberg hatte sie, glaube ich, 10 Prozent Anfang der 90er. Im Europaparlament saßen sie mit 7 Prozent der Stimmen. Und bis 1989 stieg die Zahl der organisierten Rechtsextremisten laut Verfassungsschutz wieder auf 50.000 Menschen an. Nach der Wiedervereinigung 1990 kam es zu einer beispiellosen Serie von Gewalt von rechts gegen verschiedene Menschen. Hauptsächlich gegen Migranten oder ethnische Minderheiten in Deutschland. Traurige Berühmtheit bis heute Rostock-Lichtenhagen, wo pogromartige Gewalt gegenüber Einwanderern ausgeübt wurde. Oder natürlich der Brandanschlag von Solingen, wo mehrere Menschen getötet wurden, darunter türkischstämmige Kinder. Der Sozialabbau Ende der 90er, gerade Hartz IV und ähnliche einschneidende Ereignisse, die haben dann dazu geführt, dass auch die NPD wieder Oberwasser bekam. Und die hat es dann dementsprechend geschafft, in zwei deutschen Bundesländern in den Landtag einzuziehen. Und zwar in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das endete aber nichts an der Tatsache, dass auch die NPD und auch die DVU und andere rechtsextreme Parteien damals schon auf dem absteigenden Ast waren. 1993 ging man noch davon aus, dass fast 65.000 Menschen in Deutschland organisierte Rechtsextremisten waren. 2013 ist diese Zahl dann wieder gesunken auf knapp 22.000. Und im Jahr 2013 war es auch, dass die heute einflussreichste rechtspopulistische Partei, die AfD, gegründet wurde. Die war zu Beginn noch nicht rechtsextrem und auch heute streiten sich nochfach Leute, ob die komplette Partei rechtsextrem ist oder nicht. Die Partei streitet es natürlich selber ab, aber zumindest bei den sogenannten Flügeln, also dem rechten Teil der Partei, kann man ohne Zweifel davon ausgehen, dass es sich um organisierte Rechtsextreme handelt. Leute wie Björn Höcke fallen einem da ein und wer jemals sein Buch gelesen hat, der weiß, das ist eins zu eins, wie Rechtsextremismus in Deutschland aussieht. Und wahrscheinlich auch der Erfolg dieser AfD hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Rechtsextremen in Deutschland wieder gestiegen ist. Die ist zwar nicht so hoch wie Anfang der 90er, zum Glück, aber sie ist immer noch sehr viel höher als noch vor ein paar Jahren. Heute liegt die Zahl der organisierten Rechtsextremen in Deutschland bei knapp 32.000. Und das, da sind wir uns hoffentlich alle einig, ist zu viel.